Geradeaus, wie gesagt, das Ulf-Aranen-Markt-Gelände hat keinen eigenen Taxi-Standplatz, außer der Ulf-Aranen-Markt ist jetzt gerade. Da ist dieser Herob, da genau an der Fähre-Hummer-Straße. Wir verlassen die Wildbergstraße von rechts in die Fähre-Hummer-Straße. Hier auf der rechten Seite befindet sich der Ladesschulrad. Hier auf der rechten Seite ist dieser Bedarfs-Standplatz, normalerweise eingerichtet. Und wir fahren nach vor, wir sind jetzt in der Fähre-Hummer-Straße. Links diese Straße ist nicht die Fähre-Hummer-Straße, sondern die Flüchtlingsstraße. Hier auf der rechten Seite dieses Gebäude ist das Bezirksgericht Urfa und Aufgeber. Und hier auf der rechten Seite ist der Standplatz Urfa. Taxi-Standplatz Urfa am Inselnkampplatz. So, wir fahren nach links in die Hauptstraße. Geradeaus weiter. Würde natürlich gehen in Richtung Buchenau, der Rudolf-Straße. Aber wir fahren jetzt einmal auf der Hauptstraße Stadt N-Wertz über die Diebelnungenbrücke auf der rechten Seite. Das sogenannte ZVG, Zentrales Verwaltungsgebäude oder auch Neues Radhaus genannt. Hier auf der linken Seite haben wir das Aase-Elektroniker-Center. Wunderschöner Blick, wir fahren dann vorne bei der Fallenzug rechts. Die Skyline von Linz zeige ich immer vom Ark Hotel über das Brucknerhaus Museum of Modern Art. Hier auf der linken Seite unten. Dann haben wir die Generali-Versicherung. Diese zwei weißen Gebäude sind das Frückenkopfgebäude Ost und West. Da ist heute die Kunstuniversität drinnen. Weiter geht es nach rechts mit dem Heinrich-Gleißner-Haus. Und der Rote Krebs, das ist das weiße Haus daneben. Und noch einmal in den grünes und dann noch einmal in den weißen Salz amt. Darüber das Linzer Schloss. Jetzt kommt es gleich nicht vorbei. Das hat gespürt zu eng. Das ist ja frechlich. Genau, so kann man sich natürlich den Stocks-Hockey auch schwärmen. Das ist echt ein Wahnsinn. Und was mir, ich meine, das hätte mir extrem gefallen. Also die Straßen, die Städte Wien und Armenien vor 30 Jahren. Das gibt keine Städte, die braucht jeden Tag die Wien. Aber wir zahlen einfach zu Ende. Dafür stehen dann überall diese Dämpfe.